Kannst du mit deinem Apple-Gerät überhaupt zocken? Wenn es um Arbeit, Grafikdesign oder Bildbearbeitung geht, müssen wir uns nichts vormachen. Da sind die Dinger echt gut. Aber wenn es um das Zocken geht, äh, eher nicht. Aber warte, in der Vergangenheit hatten MacBooks, aber auch iMacs einen Intel-Prozessor verbaut, der auch sehr oft gleich als interner Grafikchip genutzt wurde. Und da ist sogar wahrscheinlich deine alte GTX 760 besser. Aber jetzt kommt das Interessante für alle Gamer. Nämlich verwendet Apple mittlerweile ihre eigens entworfenen M1-Prozessoren in ihren Produkten. Und der M1-Max-Prozessor, der bei ausgewählten Produkten zum Einsatz kommt, kann grafiktechnisch sogar mit einer RTX 3060 mithalten. Hm, vielleicht wird Apple doch mal interessant für uns Gamer.